Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen weiteren Projekt, ein weiteres Telltale Games Adventure, Devolve Among Us. Ich habe das schon gespielt, es ist nicht blind. Es ist ja auch schon eine ganze Weile drauf, draußen, wollte ich sagen. Und habe das bereits einmal durchgespielt und das war so toll, hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, so, das muss ich euch zeigen. Ich habe die deutschen Untertitel da. Es müsste funktionieren. Ich muss sehen, ich hoffe, das will alles so, wie ich mir das denke. Und dann können wir eigentlich gemeinsam durchstarten und auch diejenigen, die des Englischen nicht so gutmächtig sind, können dann mitlesen, was die guten Charaktere sagen. Das sollten wir alles hinkriegen gemeinsam. Und ich möchte nicht weiter drum herum schnacken. Und wir fahren nicht fort. Wir wechseln die Speicherdatei. Löschen mal. Ich habe gar keinen Platz mehr. Wie viele Speicherdateien habe ich denn hier? So oft habe ich das sogar nicht durchgespielt. Und legen die vierte Speicherdatei neu an für uns Episode 1. Fave. Und starten. In diese tolle Geschichte. Ich hoffe, das wird alles so und das ist ja das mit Ihnen. Ja, die Spielserie passt sich an deine Entscheidung an. Die Geschichte wird an deine Spielweise angepasst. Wir sind doppelt gemoppelt, ne? Vor langer Zeit existierte eine Gemeinschaft von Märchengestalten, auch bekannt als Fable Town in New York City. Die dort lebenden Fabelwesen erschienen vor Hunderten von Jahren, nachdem sie aus ihrer Heimatländern verbannt wurden. Mithilfe von Glimmerheim im Zauber haben sie ihre geheime Gesellschaft von der Welt der Menschen geschützt. Sheriff Bigby Wolf schützt sie voreinander. Mithilfe von Glimmerheim Da starten wir in den Straßen New Yorks. Ich mag ja diesen Film-Noir-Style, dieses düstere und dann doch diese Fabelwesen, die ja eigentlich mit diesen Märchen verbunden sind, die ja eigentlich teilweise eine recht düstere Originalgeschichte haben. Und das bekommen wir hier auch zu spüren. Und das ist unser Charakter. Der Big Bad Wolf. Irgendwann nach Mitternacht in einem Mietshaus in der South Bronx. Das will ich ja wohl hoffen. Sagt er die Kröte. Ja, wir können nichts dafür. Das muss vor allem von den Menschen nicht erwischt werden. Wow, was ist da los? Oh Gott. Unser alter Erzfeind. Wenn jemand Hilfe braucht, sollten wir uns doch beeilen. Ja, man sollte keine Schauergeschichten über die Polizei erzählen. An wen sollen sich die Kinder wenden, wenn sie in Gefahr sind? Und dann Angst vor der Polizei haben. Tolle Kiste. So funktioniert das nicht. Und wir sind ja praktisch die Polizei hier. Das können wir einstecken. Sehr gut. Wir nehmen mal mit, schnell noch was wir mitnehmen können. Und dann eilen wir. Ja, ja, sie hat ihn nicht erkannt, wa? Hier klopfen wir erstmal freundlich. Und weil wir nicht noch mehr Aggressivität in diese angespannte Situation reinbringen, als eh schon vorhanden ist. Na, ist offen. Schön. Oh, und so viel zu beruhigen. Hm, wieder? Oh, alter Rivalen. Wow. Quicktime Events. Da bin ich ja, äh, herausragend schlecht drin. Einmal hinter den Sofa. Stark ist er. Das muss man ihm ja sagen. Das ist eine fucking Challenge. Uh, das tat bestimmt weh. Hm, Schrank. Nicht die Lampe. Das tat sicherlich weh. Oh. Das Rasiermesser möchte ich nicht abbekommen. Oh Gott. Au. Der steht aber auch auf Schmerzen. Der hört auch nicht auf, ne? Jetzt schnell hier. Geben wir es ihm mit. Komm, hier noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Geht's langsam? Äh. Hier stimmt was nicht. Nein. Was? Wir haben einen Bug. Das ist nicht euer Ernst. Ja, das läuft ja gut. Wir gehen ins Hauptmenü. Und wir sehen uns gleich wieder. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Wir versuchen jetzt mal fortzusetzen. Ja. Genau. Ich hoffe, das liegt nicht an der deutschen Brahausgabe. Davon wollen wir uns ja erst recht nicht drauf treffen lassen. Oh, guck, 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 guck. Ah. Jetzt haben wir die Axt. Was? Ich wollte gerade sagen, wir können ihn doch nicht achsen. So redet man nicht mit einer Dampfe. Ja, man sieht halt die Druckstellen. Und der Holzfäller. Ich habe den kleinen Red-Riding-Hood von diesem Monster geschossen. Ich habe diesen Mann öffnet und veröffentlichte seine Böcke mit Stöhnen. Und legte ihn in den Berg. Das ist, wer ich bin, du schlusser Böcke! Entschuldige mich kurz. Wuff, aber raus. Ja, wuff. Schön. Das hat Style. Na, wo ist er? Ja, er liegt da. Wuff. Hey, Toad. Mein Auto. Ja. Gib mir einen Moment. Oh, nein, mit allen Dingen. Geh deine Zeit. Mach dir dich komfortabel. Also, wie gut ist dein Betriebe? Oh, ich habe noch nichts dafür. Oh, nein! Ah, guck, 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 guck. Oh, ah, mhm, mhm. Oh, das ist hausend. Nein. Au, 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 au. Ah, wir haben ja sicherlich auch einen Glimmer, das meint er. Oder wir sind so eine Art Wehrwolf. Das kann natürlich beim Wolf auch sein. Oh Gott. Ich glaube, er hat das langsam. Oh. Ähm. Okay. Da kam unser innerer Wolf so ein bisschen durch. Da hat sie noch mal uns davor bewahrt, rauszukommen. Oh mein. Der hält viel aus. Was? Danke. Nee, das muss nicht sein. Ja, Fable Town halt. Und alles sagen, gestalten. Aber sie wird dann auch eine sein. Wäre interessant zu wissen, wer sie ist. Haben sie noch nicht nach ihrem Namen gefragt, kann das sein? Streichhölzer. Wer bist du? Okay. Ich kann es nicht sagen, für wen sie arbeitet. Hey, möchtest du meine Rippen? Wenn du meine Fragen nicht antwortest, dann kann ich dir nicht helfen. Hm, vielleicht war das ein Hinweis. Ja, ne? Dass das, die Lippen auf dem... Ja, weg ist er. Habt ihr gesehen, das Nummernschild? Stimmt auch wieder. Ist schon eine nette. Ja. Wir sind so nett wie möglich. Das ist 20, 40, 7, 8, 58. Das ist alles, das ich habe. Das wird helfen, richtig? Geh es. Es geht nicht. Ich werde gut. Du hast genug gemacht, wirklich. Also, geh das Geld, okay? Du hast mich aus einer schlechten Situation zurückgekehrt. Vielen Dank. Ich werde noch immer noch ein Statement brauchen. Ich muss nachdenken, was ich habe. Ich bin zurück in meinem Office, dann. Es ist ein bisschen late für einen Office-Visit, Sheriff. Ich werde nach deinem Apartment. Ich weiß, wo ich... Du живst in der kleinsten Apartment in den Woodlands. Jeder weiß das. Gut, dass du es wissen. Ihr solltet sich aufschrauben. Ihr seht wie Scheiße. Und ich benutze das Wort oft. Einige von diesen sieht ziemlich schlecht aus. Ich schraube es gut. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Hey. Ich muss dir etwas erzählen. Was ist das? Du bist nicht so schlecht wie jeder sagt du bist. Ich sehe dich um. Wolf. Ich sehe dich um. Ich sehe dich um. Ich sehe dich um. Kingstreet ist das vor allem. Ich habe gerade gesehen. Ja cool. Das ist doch mal ein schöner Beginn. Erstmal eine ordentliche Klopperei. Und der Arm wird tot. Kriegt nur Ärger. Aber wir haben selber Feuerzeug. gesetzt. Das ist doch gut. Ja, ich sehe dich wieder. Didar ein schöner Klack. Auf Wiedersehen. Das war's für euch. Stefan, das war ja, nicht so. Ja, ich sehe dich wirklich. Fünf, das war ja. Nein, aber was. Wir sehen uns immer, dass du nie hast. Es wäre das. Vielen Dank.